Hey, wo geht ihr alle hin? Hey, schnell, da kommt was! Der letzte am Strand ist ein faules Ei! Dann los! Achtung, Bad frei, tschüss! Was? Ah, schon wieder? Hä? Ah, ich wollte keine Fotobombe machen. Entschuldige. Was ist das für ein Ding? Das sieht aus wie ein UFO. Ein unbekanntes Floßobjekt. Papi! Hör auf! Nein, ich bin nicht ein Papi. Wo fährt das Ding? Ich weiß nicht, aber es hält nicht an. Mein Haus! Mein Haus! Spätzen! Anhalten! Was zum? An dem Haus habe ich fünf Jahre gearbeitet. Wow. Es ist so schade, wenn man etwas baut und dann macht es jemand einfach kaputt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe einen ganz besonderen Gast für euch. Er sticht den See so grün und kühn, doch im Ernst, er will euch nichts. Äh, Tün! Und ich bitte nun um ein kräftiges Flügelklatschen für... Leergaard! Vielen Dank. Ich danke euch für euren Applaus. Grüße aus meiner Welt. Der Welt der Schweine. Was ist ein Schwein? Ich bin ein Schwein. Oh! Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Oh, wo fährt das hin? Äh, falsche Richtung. Äh, geht nicht. Es funktioniert nicht. Ach, wir haben das hundertmal geübt. Gib das her. Wir kommen nochmal raus. Tut nicht. Ich heiße Leonard, aber meine Freunde nennen mich Smiley. Sehr großzügig. Danke. Wir kommen in guter Absicht. Wir sahen eure Insel vom Meer aus und dachten, was die wohl so treiben. Aber es gibt keinen anderen Ort als diesen hier. Doch, gibt es. Und von dort kommen wir. Wir nennen ihn Schweineinsel. Oh mein Gott. Schweineinsel. Und wer ist das da? Mein erster Offizier Ross und ich sind schon überall hingesegelt. Eine tapfere Seele gegen das Meer. Hier und raus. Entschuldigung, bist du gekommen, um alle unsere Häuser zu zertrümmern? Oder nur meins? Oh nein. Da will wohl noch einer ein Geschenk kommen. Bitte, bitte habt keine Angst. Mein Partner und ich erbitten die Ehre, eure Freunde sein zu dürfen. Ross, zeig ihnen, wie wir das machen. Keine Sorge, er ist geimpft. Oh, jetzt sind wir alle Freunde. Hallo, Freund. Oh, kein Knuddler. Willkommen. Auf unserer Vogelinsel. Wir begrüßen unsere neuen Freunde, die Schweine. Das muss groß gefeiert werden. Schlag ein. Willkommen. Weg da. Weg. Entschuldigung. Darauf Huf und Flügel. Und nun eine besondere Darbietung zu Ehren der Schweine. Ausvergünste, die auch rever view sind.